Es ist Krieg. Esther und ihre Cousinen flüchten Richtung marokkanischer Grenze. Dort setzt sich der weltoffene Prinz Jamal für die Vertriebenen ein und verliert sein Herz an Esther. Gleichzeitig plant Hassan, der Außenminister, das Land von allen Ausländern zu säubern. Die verdammte Ausländer. Yusuf! Yusuf! Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt. ICF Zürich präsentiert Esther, das Musical aus Tausend und einer Nacht. Tauche ein in das Abenteuer einer leidenschaftlichen Frau, die für die Würde der Menschen ihr Leben riskiert. Mit über 30 Darstellern und aktuellen Radio-Hits. Esther! 2 1 2 3 3 4